Was ist der Fahre-Compose-Stockschirm? Der Fahre-Compose und sogar die Fieberglasschienen sind farblich aufeinander abgestimmt und verleihen dem Schirm eine zeitlose Eleganz. Eye-Catcher ist die spezielle Form des Griffes und des Top. Neu bei uns ist die im Fahre-Design gestaltete Trageschlaufe am Griff. Aber Design alleine reicht natürlich nicht aus. Der Fahre-Compose öffnet automatisch und hat ein sehr hochwertiges Windproof-System. Dieses Windproof-System bewirkt, dass der Schirm auch im Wind stabil bleibt, aber dennoch umklappen kann, ohne kaputt zu gehen. Der Fahre-Compose hat einen Durchmesser von 110 cm. Er ist daher größer als normale Stockschirme und bietet natürlich dadurch mehr Schutz.